Wir machen heute die Battle plus Bestrafung Challenge. Wir machen jetzt verschiedene Battles. Fünf immer. Und dann noch die zugehörige Strafe. Die erste ist jetzt Daumenketschen. Und wer beim Daumenketschen verliert, der wird mit einem Filzstift angemalt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Jetzt kriegt man's denn Bestrafung. Oh, nix ins Gesicht. Schiff, schiff, schiff. Einer von uns beiden macht das. Also einer von uns schießt gleich mit der Nerf. Wenn er es schafft, kriegt der andere die Bestrafung. Wenn er es nicht schafft, kriegt er die Bestrafung. Also einer von uns beiden macht das. Wir müssen zwei sich auswählen. Und der Verlierer, der kriegt Leo auf den Stirn. Okay. Wir können jetzt buzzern. Wenn wir buzzern, machen wir's. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Okay. Maxi hat als erstes gebuzzert. Das heißt, er macht die Nerf Challenge. Wenn er es schafft, dann wird ich bestraft. Wenn er es nicht schafft, wird er bestraft. Du hast nur einen einzigen Schuss. Aber nicht mich aufstehen. Go. Yes. Ah nein, nicht. Doch nicht. Okay, ich werde jetzt bestraft. Ah, das ist kalt. Ja, das ist kalt. Oh, das kalt. Oh, das kalt. Oh, das kalt. Brennt. Oh, der Sau ist jetzt mit den Augen. Oh, komm. Okay. Augen offen halten. Also wer länger die Augen offen hält, Ohr hin zu blinzen. Der Verlierer muss eine Socke. Aber Qualität geben. Kann man auch so machen? Drei, zwei, eins, go. Was ist das? Was ist das? Du hast geblinzelt! Schon wieder! Okay 3 2 1 Okay 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Und wer das nicht kriegt, der kriegt eine Ladung Wasser ins Gesicht geschleudert. Okay, Maxi hat verloren. Okay, Maxi kriegt es jetzt in das Gesicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Das ist so oft richtig! So, kommen wir nun zum Finale. Wer das Finale verliert, der muss die Socke des Gegners inhalieren. Also so richtig einatmen. Das Finale ist jetzt ein Quiz. Ah ja, wir kriegen jetzt eine Frage vorgeschmettert. Wenn ich die jetzt sage und ich sage die falsch, dann werde ich bestraft. Und wenn ich die richtig sage, wird Maxi bestraft. So, der liebe Erik, der sagt jetzt eine Quizfrage. Wir haben einen Buzzer. Seit wann haben die Lochis ihren Youtube-Kanal? Oh mein Gott! Wie ein bisschen Wasser! Die Lochis allein seit, 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 seit... Ähm, seit... 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 ... ...2000... ...11? Ja richtig! Geh ich! Okay, 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 okay. Geht er weg. Nicht klatschen, Maxi. Ja, ich klatsch nicht. Ja. Den ist doch richtig. Du musst filmen. Ja, ja, Mann. Nein. Nein.